ein herzliches willkommen zu einem neuen spiel auf meinem kanal das sich dann nennt ocean is home land simulator und ich würde sagen wir beginnen einfach mal es geht in diesem spiel darum dass man sich auf einer einsamen insel befindet bzw auf einer insel und sich dort ja durch arbeit eine ein eigenes traumhaus aufbauen kann und ein eigenes gutes vermögen des leben führen kann und würde sagen starten einfach mal guck mal was hier und das ist hier wohl erst mal unser haus das scheint dann so unsere tasche zu sein was wir hier und so nehmen können können ja mal durch die verschiedenen räume gehen erscheint unser bett zu sein das schlafzimmer gut das ist dann das bad wie ihr seht alles vorhanden dusche klo und waschbecken sehr schön die tür wieder zu machen es bewegt sich hier das ist raus zum garten da befindet sich der alter pick up ich habe mir mal so ein paar videos angesehen also anscheinend können wir sehr viel geld oder unser geld für den anfang erst mal damit verdient dass wir mit diesem alten rostigen pick up hier ja geld verdienen können und pakete ausliefern können die klappe erscheint nicht zu funktionieren die machen wir dann mal wieder zu ich habe gesehen dass es hier irgendwo reifen geben soll das hier gibt es wegzeug und so weiter war das erst mal wieder zu ich habe reifen gesehen irgendwo soll es reifen geben weiß allerdings noch nicht wo ist der briefkasten ist da haben wir post bekommen da sind die reifen derzeitiger preis 10 278 münzen soviel haben wir aber leider überhaupt nicht nehmen die einfach mal gucken was passiert ob wir die dann auswählen montieren können da liegen die reifen wer sagt denn dann können wir die doch schon mal nehmen und an unserem pick up bauen auch nicht schlecht haben wir mal hier hinten an zack 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 gar nicht so einfach zack so die andere seite noch man kann hier sogar einen eigenen zug fahren also das ist ja wieder für euch für alle zug fans was interessant ist es gibt hier einen öffentlichen zug und einen eigenen zug den man selber fahren kann das alleine macht das spiel schon wieder interessant und auch dass man sich hier so ein bisschen ja wie im echten leben sich was aufbauen kann mit geld verdienen mit arbeiten sogar auf essen und trinken muss man hier achten dass man nicht verdurstet und verhungert so reifen hat er wieder dann wollen wir mal sehen ob der überhaupt jetzt fahrbereit ist ich würde sagen er hat kein sprit müssen wir aber eben schauen wie wir hier tanken können warum wird er denn hier sein einfüllstürzen ist jetzt natürlich interessant zu wissen wo er hier sein benzin kriegt war die motororbe los äh fallen lassen nein nicht fallen lassen motorzustand rück tank nachfüllung ah sehr schön haben wir erstmal ein bisschen sprit im tank jetzt dann wollen wir mal sehen ob der jetzt anspringt er läuft so wie fahren wir denn jetzt nur wissen wie wir fahren linker tut wo fahren wir denn überhaupt hin ich habe keine ahnung fahren wir einfach mal schauen wir mal weil irgendwo vielleicht laden finden oder ein Paket jemanden der Pakete auszuliefern hat wo wir unser erstes Geld verdienen können oja die steuerung ist aber auch noch so ein Fall für sich wie gesagt da spielt es ein early access also wundert euch nicht dass hier vielleicht noch nicht so alles hundertprozentig ist gibt es bei steam zu kaufen für 11,83 Euro wie gesagt wie gesagt im early access nennt sich ocean is homeland life city workshop machen wir da mal hin oder oder sieht nur so zu aus der laden wie ist hier scheint da nichts los zu sein kann das sein fangen wir mal weiter können wir mal so ein bisschen rum fahren überhaupt erstmal die insel kennen lernen was es hier überhaupt so zu entdecken gibt wie gesagt ich spiele das spiel auch zum ersten mal mit dem was gibt es da das scheint doch so ein supermarkt oder sowas zu sein oder da ist jemand drin dann halten wir doch wieder einfach mal an so zeigen aus gehen da mal rein und dann sprechen wir mal mit dem mann der uns so zu anzubieten hat start trade einkaufswagen ist leer ja das ist mir schon klar insgesamt kosten kaufen sie mit bargeld kaufen per kreditkarte ach so wir müssen noch ah jetzt wir können hier eine einrichtung kaufen tapeten scheinen das zu sein in den wagenkorb legen die sie aber auch nicht gerade also welche tapete findet ihr denn schön das sprechen wir jetzt nicht gerade so an wir sind das sind das jetzt das verteflung oder was was ist das ich will eigentlich noch gar nichts kaufen ich will ja erstmal geld verdienen bevor ich jetzt hier irgendwie groß noch geld ausgebe sachen die mir sowieso nicht gefallen würde ich doch sagen lassen wir das erstmal und gucken wir weiter ob wir nicht irgendwo geld verdienen können ist nämlich das wichtigste erstmal jetzt setzen uns in unseren wagen 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 fahren wir mal weiter da scheinen die firma zu sein wir müssen jetzt sind die seekontainer wir haben die ja was zum ausliefern oder die sieht so was für verlassen aus hier oder sind kisten drin oder wie fällt ihr denn jetzt nochmal rückwärts wie fällt die kiste nochmal rückwärts wie geht die jetzt nochmal gibt es doch gar nicht ich muss irgendwie rückwärts fahren besser ja manchmal bisschen komisch egal immer muss es doch einen ansprechpartner geben wo man praktisch einen Job annehmen kann sag ich mal dass man hier Geld verdienen kann war hier schon auf ich gegenseite wird jetzt ja auch nicht unnötig durch die Gegend fahren und Sprit verbrauchen davon haben wir ja auch nicht das meiste und das wird gleich nicht mehr zurückkommen wenn man durch die Arschkarte oder das ist wieder so ein Laden kann man auch nur einkaufen mit der Karte wäre schon mal geil wenn jemand eine Karte hält bin ich ausgestiegen ey mein Auto das war jetzt nicht so geplant mit dem falschen Knopf gedrückt irgendwie hat das Spiel was irgendwie hat das Spiel was irgendwie hat das Spiel was ist doch nicht da mal befahren ist auch noch so ein Gebäude schau mal da mal rein da sind doch jede Menge Kisten 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 ein Großwagen auch nur was zu kaufen immerhin eine schöne Musik komm mal hier rein kann man anscheinend ach kann man rein aber das Lager scheint leer zu sein geht es nicht weiter komm mal hier rein auch leer ja beziehungsweise nicht betretbar man hat doch hier Kisten gesehen da sind jede Menge Kisten die man ausliefern könnte kann man da rein gehen natürlich die Frage wie kann ich mit dem Menschen kommunizieren dass ich seine Pakete ausliefern möchte das wäre jetzt doch die Idee die die liigte die das ist jetzt noch so die frage wie bekomme ich den dazu dass ich seine pakete ausliefern will beziehungsweise wie komme ich überhaupt dazu komme ich denn hier nicht aus tür zu ach hier ist der ausgang tschuldigung so habe ich mal die karte hier geöffnet das verbaut mal sind wir denn überhaupt da sind wir züge marka des spielers post um tankstellen geschäfte standort der züge transport das wäre eine idee stadtzentrum stadt autoservice post hier industrial da fällt ein zug ihr seht es airport ich sollte vielleicht hier hin zum industriegebiet da könnte man wahrscheinlich irgendwie jobs kriegen ich bin jetzt im moment hier da müsste ich praktisch so hier oben hier oben und dann hier runter und dann links hier runter na gut dann schauen wir mal dass wir irgendwie da hinkommen habe ich das jetzt eingestellt dann haben wir ja so eine art na wie ich hoffe der sprit reicht noch fahren wir da einfach mal hin zwei kilometer schauen wir mal was uns da erwartet ob man da irgendeinen job annehmen kann wenn man ein bisschen geld verdient geht hier ganz schön bergauf geht hier ganz schön bergauf geht hier ganz schön bergauf geht hier ganz schön weg das ist von euch hier links und jetztulsive zu faded Zieht sich ein bisschen. Vielleicht gar eine schlechte Idee mal hier eben. Ich würde hier mal ein bisschen tanken würde ich sagen, oder? Diese Spalte Slayer ist notwendig. Kraftstoff aus dem Kassierer. Machen wir das mal. Star Trade. Ist das jetzt gekauft oder nicht? Scheinbar. Gut. Wie kommen wir denn jetzt nochmal da drauf? Ne. Ne. Da. Haben wir jetzt. Wir haben doch Sprit gekauft. Heller Zugang. Wie komme ich denn jetzt an den Sprit hergut? Ne. Ach egal. Ne. 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 Die. Ne. 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 Die Tankstelle ist abgeschlossen, sehr gut. Können wir uns ja wieder in unser Auto setzen. Dann schauen wir mal, was uns da hinten erwartet. Oh, das war mein 360er, wa? Alter Schwede! Es gibt hier übrigens auch verschiedene Autos zu kaufen, wenn man natürlich das nötig geklängelt hat, dass man sich, wie gesagt, es verdienen muss. Natürlich ist es nicht das schnellste Auto, aber immerhin fährt es und man muss sich alles zu Fuß machen. Irgendwo hier muss das jetzt sein, da vorne kommt es glaube ich. Das ist schon wieder in die Tankstelle. Fahren wir mal hier rechts. Boah, geht das hier weg auf. Let's go funny. Hat vielleicht kein Sprit mehr. Das ist sowieso hier im Ober. So, was ist dann? Bin ich ja mal gespannt, was dann passiert. Muss ich denn mein Auto hier stehen lassen? Komm ich jetzt nochmal auf dem Scheiß? Wie kam ich jetzt nochmal auf die Karte? Ah, es ist nicht... Es ist nicht einfach. Also wie ihr seht, da spielt es noch sehr, sehr, ja, entwicklungsfreudig. Wie gesagt, das ist ein Early Access. Ein bisschen netter, kleiner Zeitverteilung. Ich denke mal, wenn man sich da so ein bisschen reingefunden hat, dann kann das durchaus Spaß machen. Man muss erstmal nur einen Zugang finden, wie man sich hier, wo man sich wenden muss, wo man dann eventuell einen Ansatzpunkt findet, wo man auch Geld verdienen kann. Ich denke, wenn da noch mehr Inhalte kommen und das Spiel fertig entwickelt ist, dann wird sich das auch geben, dass man dann vielleicht besser da reinkommt. Das ist für den Anfang ein netter Zeitvertreib. Man lernt hier so ein bisschen die Insel kennen. Es ist noch viel Potenzial nach oben, aber ja, was soll ich nur sagen. Wie gesagt, kostet Prestige 11,83 Euro. Ist ein Early Access. Heißt, Ocean is Homeland Live Simulator. Schaut es euch an, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn nicht. Macht wie immer gar nichts. Ansonsten passt auf euch auf. Bleibt sauber. Bleibt mitrollen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenki Spieters. Macht's gut. Ciao. Servus. Und Tschüss. Mir geht so gleich der Sprit raus. Und dann hat sich das Thema eh erledigt. So. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenki Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020